draußen wird es immer wärmer und die sonne scheint immer mehr und ich finde irgendwie immer frischere sachen jetzt mittlerweile ziemlich geil nicht mehr diese herzhaften sachen deswegen habe ich mir die letzten beiden raps jetzt gemacht die wir noch vom wochenende über haben ich habe da unten so ein bisschen quark drauf oben drüber salat bisschen geriebene möhren und noch eine avokade und ein bisschen gurke was noch über gewesen ist leider habe ich keine tomaten mehr da kommt jetzt gleich noch ein skürella obendrauf damit das ganze eingerollt und dann kann man es genießen heute ist schon wieder montag ich hoffe ihr habt ein wundervolles wochenende gehabt meins war eigentlich ganz angenehm ich kann ich nicht beklagen das wetter hier ist ja momentan wirklich mega schön und wir waren draußen am wochenende und haben noch ein paar fotos gemacht für mein meine schnittmuster unter anderem halt den pullover hier noch fotografiert und ja das war eigentlich so mehr oder weniger unser wochenende so ein bisschen die sonne genießen bisschen draußen gewesen nichts dolles nichts aufregendes eigentlich ja ich habe mir gerade eben wraps gemacht und musste dann nach einem feststellen das ist mega schwer viel und viel zu doll deswegen habe ich den anderen gerade eben noch schnell in frischhaltefolie eingepackt und hoffe dass der sich im kühlschrank bis heute abend oder morgen mittag irgendwie hält und ich das eben nicht wegschmeißen muss das wäre natürlich ganz klasse wenn das funktionieren könnte da da soße drin ist also ist ein bisschen quark ja drin und so eine burgersoße die noch aufgebraucht werden muss die da noch im kühlschrank war ja habe ich so ein bisschen bedenken und angst dass das eben nicht funktionieren könnte aber schauen wir mal wie das so ist ich sitze jetzt noch dran und muss sachen für die arbeit fertig machen und heute abend habe ich einen kurs da muss ich heute abend auch noch hin der geht von 18 bis 22 uhr genau das ist heute so mein tag den ich haben werde aber weil das wetter wie ihr hinten seht so wunder wundervoll ist werde ich definitiv auch noch tagsüber einmal rausgehen ich habe schon überlegt ob ich jetzt quasi einen mittagspausen spaziergang mache denn mein definitiv erklärtes ziel ist dass ich jetzt auch richtige mittagspausen oder richtige pausen mache und eben dann vielleicht auch mal eine halbe stunde spazieren gehen das ist eigentlich gar nicht so verkehrt denn ich habe gerade eben schon am tisch gegessen und ich muss feststellen dass das wirklich wesentlich besser als wenn ich immer vom rechner ist so und das ist mega nervig genauso wie ich meinen social media konsum ein bisschen einschränken muss klar brauche ich das alles zum arbeiten aber ich muss halt auch arbeiten und mich nicht nur auf irgendwelchen social media kanälen rumtreiben und man verliert sich halt in so sachen wie facebook und instagram ganz ganz schnell mal muss ich ganz ehrlich sagen und auch auf youtube also das ist so ein bisschen das prokrastinationsprinzip was bei mir definitiv der fall ist dann sitzt man da und klickt sich von einem video zum nächsten oder von einem post zum nächsten und ja im prinzip ist das eben eher kontraproduktiv deswegen gibt es bei mir jetzt endlich feste zeiten also auch feste pausen zeiten wo ich sage ich gehe jetzt raus für die tür mache pause beziehungsweise setze mich an tisch mache mittags pause und esse und esse nicht mehr nebenbei weil das ist eigentlich glaube ich das schlimmste was man irgendwie machen kann und in dem sinne denke ich werde ich mich jetzt mal vernünftig anziehen ich habe nämlich jogginghose an und werde mir mal eine jeanshose anziehen und dann geht es ein bisschen raus an die frische luft ein bisschen sonne tanken und ja frische luft schnuppern denn das kann ja für den produktiven tagesablauf der restlichen tages nicht unbedingt weg hallo ihr lieben heute ist donnerstag eigentlich wollte ich heute morgen ganz früh mit euch zusammen nach luzern fahren zum urknall und das alles mal anschauen weil ich das selber alles noch nicht gesehen habe und das bestimmt mega mäßig interessant ist und tierisch viel spaß macht leider ist daraus irgendwie bisher nichts geworden ich bin noch zu hause und ich werde auch nicht mehr großartig weg fahren gegebenenfalls werde ich noch mal nach hochdorf fahren und den wagen von meinem freund abholen weil der ja zur fastnacht muss der ist ja in der google musee gespielter trompete und dem bleibt quasi nichts anderes übrig als zur fastnacht zu gehen ich habe das heute morgen abgebrochen nachdem ich die nacht wieder mega mäßig schlecht geschlafen habe ich bin um ein uhr wach geworden und konnte dann nicht mehr einschlafen zudem kommt dass ich seit dezember immer wieder blasenentzündung habe und das irgendwie nicht so richtig weg gehen will und ich habe keine ahnung warum und was jetzt da großartig das problem ist ich bin damit schon beim arzt gewesen der konnte leider gottes nichts feststellen also ich habe dann auch keine antibiotika oder irgendwas bekommen ich muss auf jeden fall wenn ich den nächsten monat sowieso noch mal bei meinem frauenarzt bin werde ich mit ihm danach mal sprechen und mal gucken was das irgendwie sein könnte weil das ist kein zustand das nervt mich tierisch das ist irgendwie fängt das dann irgendwann nachmittags an und fühlt sich halt die blasenentzündung an aber geht nicht so richtig weg und wenn ich mich dann mit wärmflasche und die auf die couch setze dann geht es irgendwann wieder und dann kann ich eigentlich auch schlafen aber in der regel geht es nächsten tag dann wieder los und ich sitze dann abends wieder da und kann eigentlich gar nicht so richtig was machen und das nervt mich megamäßig dann kommt halt dazu dass ich im moment extrem schlecht schlafe ich wache alle drei stunden auf und bin halt wach und habe teilweise dann tage jetzt gestern wo der letzte nacht halt um ein uhr wach gewesen konnte nicht mehr richtig einschlafen bin dann mit meinem freund zusammen um drei uhr aufgestanden habe mich dann aber noch mal irgendwie um fünf uhr hingelegt und noch mal ein bisschen geschlafen bis acht uhr also ich schlafe tatsächlich sehr sehr schlecht zurzeit woran das so richtig liegt weiß ich nicht unbedingt ich muss mal gucken ich werde auch da noch mal mit meinem arzt drüber sprechen wenn ich sowieso schon da bin mal gucken was der dazu sagt vielleicht hat er ja irgendeinen tipp vielleicht muss ich aber auch noch mal zum allgemeinmediziner mal gucken was das irgendwie ist weil das ist eigentlich kein zustand man ist den ganzen tag über irgendwie so ein bisschen geredet und kaputt und müde und ja das funktioniert irgendwie alles nicht so wie ich mir das vorstelle das muss auf jeden fall ein bisschen besser werden nichtsdestotrotz versuche ich meinen rhythmus ein bisschen beizubehalten dass ich mich morgens trotzdem fertig mache und schminke um so ein bisschen normalen tagesablauf zu haben was mir im moment auch so ein bisschen schwer fällt muss ich ganz ehrlich sagen weil das gar nicht so einfach ist sich normalen tagesablauf in der selbstständigkeit zu geben ich versuche halt dadurch dass ich nachts so schlecht schlafe den schlaf auch morgens nach zu holen tagsüber mich mal hinzulegen was dann natürlich für normalen tagesablauf entsprechend kontraproduktiv ist und ja keine ahnung aber genug rumgejammert ich bin mit dem arbeiten im prinzip sehr sehr gut davor ich habe gerade eben schon fotos bekommen von dem kostüm das ich genäht habe und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit sieht eigentlich sehr gut aus wenn ich da vergleichsweise andere kostüme sehr die genäht worden sind die nicht unbedingt günstig gewesen sind denke ich schon dass ich einen ganz guten job gemacht habe und da kann man doch auch mal ein bisschen stolz auf sich sein das sollte man sowieso ab und zu mal ab und zu mal ein bisschen stolz auf sich sein auf das was man getan hat das bin ich auch viel zu selten ich bin auch sehr sehr selbstkritisch und eher so nicht so gut gewesen gefällt mir nicht eher so der mecker typ als dass ich da mal ein bisschen stolz auf mich bin ja ansonsten werde ich versuchen heute mal ein bisschen raus zu gehen wie ihr seht es scheint die sonne extrem draußen die letzten tage waren sehr schön am samstag soll es nicht so schön werden samstagnachmittag muss ich arbeiten da habe ich einen kurs den ich gebe und deswegen werde ich die woche jetzt auf jeden fall auch nutzen um spazieren zu gehen ich bin in der mittagspause halt ganz gerne draußen unterwegs um ein bisschen frische luft und sonne zu haschen denn vitamin d ist ja auch nicht unbedingt unwichtig und gerade in den letzten wintermonaten und in meinen letzten tagesarbeitszeiten whatever habe ich nicht wirklich viel zeit draußen verbracht und deswegen sollte ich heute auf jeden fall noch mal nach draußen gehen einkaufen muss ich auch und naja gegebenenfalls muss ich den wagen von meinem freund noch abholen damit er eben nicht das ganze wochenende hochdorf steht und dann kann ich das mit dem einkaufen eigentlich auch gleich verbinden ich werde da wahrscheinlich mit dem zug hinfahren müssen und schauen wir gleich noch mal mit ihm sprechen mal gucken was er sagt ob der wagen dann auch stehen bleiben kann oder nicht aber grundsätzlich kann ich den ganz gut gebrauchen zum einkaufen dann muss ich den ganzen scheiß nicht schleppen obwohl es mit dem fahrrad eigentlich bei dem wir da auch eine schöne sache wäre ich muss mal gucken was ich da so machen ja ansonsten steht an paar videos schneiden ein paar videos aufnehmen noch ein bisschen weiter arbeiten an neuen schnittmustern und anleitungen die geschrieben werden müssen und das ist eigentlich so der tag den ich bisher quasi ich bin hochdorf angekommen sitze im auto wie erwartet habe ich den drückschlüssel nicht mit also diese fernbedienungsschlüssel der ist ja nur einmal vorhanden momentan bei uns und ja ich habe den wagen ausgeschlossen und natürlich ist die alarmen losgegangen ist ja auch nicht so dass wir keine leute rumlaufen und alle angeguckt werden und naja ja jetzt werde ich nach hause fahren und dann den tag quasi ausklingen lassen die fahrt hier hat ganz schön lange gedauert ich glaube ich war irgendwie eineinhalb stunden unterwegs oder so blöd ich stehe jetzt gerade in der zugerinnen statt so ein bisschen einen stau auf dem weg mein freund abzuholen der jetzt gerade mit dem zug am bahnhof ankommt hier ist es irgendwie megamäßig voll mal schauen dass ich hier entsprechend vernünftig irgendwie hinkomme das auto habe ich also erfolgreich aus hochdorf abgeholt und werde jetzt wie gesagt mein freund vom bahnhof abholen der für heute schluss mit fast nach macht ich glaube denn es reicht irgendwie auch morgen geht es für ihn weiter die haben wir jetzt jeden tag irgendwas und ich glaube sonntag ist der einzige tag an dem sie pause haben also schauen wir mal dass ich da jetzt gleich auf den parkplatz draufkomme heute ist samstag und ich bin mal wieder spät dran und auf dem sprung ich habe heute einen kurs im laden bei silvia ich gebe heute einen schnittmuster anpassen kurs dort der geht insgesamt drei stunden also von 13 bis 16 uhr und anschließend werde ich mich in mein kostüm schmeißen um dann noch nach hochdorf auf die fast nach zu fahren ich bin mal ganz gespannt wie das heute wird samstags ist ja eigentlich immer am vollsten da und ja das ist so mein tag heute mal gucken wo ich euch mit ich habe ein paar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017